Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu Troll Challenge Folge 0. Ein kleines besonderes Format, was sich aus den Einsendungen extrahiert hat und es geht darum, liebe Leute, dass ihr die Lizenz dazu habt, mich zu ärgern und mich in gewisser Weise auch zu trollen, zu veräumeln und vielleicht schafft ihr es, vielleicht schafft ihr es auch nicht. Ihr habt die Möglichkeit, Minecraft Java 1.16.5 eure eigenen Troll Challenges einzusenden über den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr das macht, dann dürft ihr euch irgendeine kleine Challenge überlegen. Es funktioniert allerdings immer nach dem gleichen Prinzip und zwar, es muss einen Startpunkt geben und es muss einen Zielpunkt geben, den ich erreichen muss. Das heißt, eure Troll Challenges hat einen Start und ein Ziel und ich muss dazwischen irgendetwas machen und da kommt natürlich der Troll. Da müsst ihr natürlich euch irgendwas überlegen, irgendwas Gemeines, irgendwas, was nicht offensichtlich ist oder JoCraft einfach mal in die Falle reinleiten lassen dürfen. Ich darf auch gekillt werden. Wenn ich gekillt werde, da muss ich respawn. Ihr baut quasi so eine Art Minimap und noch eine Regel, das Ganze darf nicht länger als fünf bis sieben Minuten dauern. Das heißt, ihr müsst möglichst kurze Challenges machen. Und heute in Folge 0 gibt es von Math Build ein Troll Challenge. Ich muss natürlich jetzt, und das ist meine Aufgabe, verstehen, wo der Troll ist. Das heißt, ich versuche nun nicht getrollt zu werden und ihr, liebe Leute, in eurem Maps versucht mich zu trollen. Das ist richtig Big Brain. Aus diesem Grund gibt es auch, Achtung, ein anderes Formular als das klassische Einsendeformular, das ihr bitte nutzt. Link findet in der Videobeschreibung. Damit könnt ihr mir eure Troll Challenge schicken. Und wir haben eine Jury. Und die Jury schaut sich dann an, welche Troll Challenges sich eignen. Alles weitere zum Nachlesen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Jetzt bin ich gespannt, was mich erwartet. Das ist die Map von Math Build. Ich muss das Ziel erreichen. Wurde ich mir gerade auch angezeigt. Hier, Minigame bei Math Build. Gehe zum Diamantenblock. Sieht einfach aus. Machen wir. Okay, sieht nicht einfach aus. Ich, ähm, kann ich mich in, darf ich mich? Nein, ich weiß nicht, ob das Cheaten ist. Darf ich mich einfach in Creative setzen? Ähm, habe ich eine Elytra? Nein. Und ich dachte, das wäre einfach. Das Witzige ist halt, Leute, ihr müsst euch die Challenges so überlegen, dass es eine banal, simple Lösung gibt. Eine wirklich ganz, ganz einfache Lösung gibt. Ich komme nicht weiter. Es ist wie quasi ein Escape Room. Allerdings geht es bei diesen Challenges darum. Aha. So leicht mache ich es dir nicht. Doch. Maybe. Hallo? Knopf. Ich kriege hier. Warum kann ich die nicht drücken? Wenn es so leicht wäre, wäre tatsächlich hier hoch zu kommen. Vielleicht ist hier oben noch etwas. Ich sehe zumindest nichts. Ähm, da komme ich auch nicht weiter, aber da könnte ich hinkommen. Jetzt? Wohin jetzt? Ja gut, jetzt kann ich versuchen, da hinzukommen. Okay. Ich weiß nicht, wie weit ich gerade im Bereich des Cheatings bin. Okay, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, ich habe es. Jetzt, komm. 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 Ja. 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 Nein. 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 Nein Wir können ja die Punkte zählen. Ich würde definitiv sagen, Troll gelungen. Ich hatte gerade, ich war gerade so, ich hatte echt gedacht, ich schaff's, Leute. Ich hatte gerade echt einen Moment lang gedacht, so, ich schaff's. Vielleicht aber, was? Oh, nee. Wo ich runtergefallen bin, ne? Hier. Warum falle ich hier runter? Da ist doch bestimmt was. Oder? Ist doch ein Knopf. Es ist doch ein Grund haben. Warum genau falle ich hier runter? Warum? Bin ich hier richtig? Äh. Ah. Da ist ein Knopf. Ich drück den Knopf nochmal. Oh Gott, nee, ne? Ah! Nein! 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 Ich komm hier nicht. Ich komm hier, ist doch schon wieder eine Barriere. Nein! Ja, 2 zu 0. Ah! Ah! Ihr dürft die Challenge downloaden und selbst versuchen, ob ihr's hinkriegt. Was? Ich hab doch schon alles versucht. Vergesst nicht, die Challenge muss eine ganz, ganz simple Lösung haben. Ich weiß nicht, ob Martha jetzt schon dran gedacht hat. Es muss einfach so eine richtig billige Lösung geben, wo du am Ende sagst so, Menno. Da hätte ich drauf kommen können. Weiß nicht. Gibt es denn, gibt es denn für diese Challenge eine einfache Lösung oder nicht? Warte mal. Aha! Ja! Ja! Okay! Okay, nicht schlecht. Versuch es mal mit deinem Zweit-Account. Äh. Hallo. Okay, ich soll es mit meinem Zweit-Account nochmal versuchen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Der erste Spectator oder zumindest wahrscheinlich muss ich nochmal dann die Glasscheibe droppen. Jetzt zum Diamantenblock. Passiert jetzt was anderes? Haha! So leicht mache ich es dir nicht. Moment! Warte mal! Warte! No! No way! Warte! Ich hab eine ganz blöde... Ich hab eine sehr, sehr unschöne... Moment! Bitte nicht! Komm schon! Wie? Ist das nur für mich? Moment! Das heißt, nur wenn ich die Challenge spiele, funktioniert das nicht. Moment! Ist... Marthold! Ich feuere dich aus dem Team. Ich feuere dich aus dem Team. Wenn ich hier recht hab, mit meiner These, feuere ich dich aus dem Team. Hat er ernsthaft? Nur wenn ich die Challenge mache, ist das quasi ein K.O.? Steht hier irgendwo mein Spielername drin? Ja! 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 Bild, du wirst hier offiziell für eine Minute aus dem Team gefeuert. Wirklich. Diese Minute. Verbringe in Schmach. Wow! 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 Okay. Das, meine Damen und Herren, genau das ist das Potenzial der Troll-Challenges. Und ihr dürft es. Es ist legal. Es ist erlaubt. Ihr dürft mich trollen. Ihr habt meine absolute Genehmigung in diesen Maps. Und wir schauen mal, was draus wird. Ich versuche, in Zukunft eure Trolls hervorzusehen. Das heißt, ich lerne dazu und irgendwann hoffe ich, dass ich weiß, wann ihr mich trollt. Und dann kommt der Five-Head-Brain und ihr trollt mich noch mehr. Oh mein Gott. Ich will eine Zugabe, Leute. Wollen wir eine Zugabe? Lasst uns mal in der nächsten Folge noch ein paar andere Troll-Challenges angucken. Das sind noch nicht die offiziellen aus der Troll-Challenges-Serie, sondern ich hatte eine kleine, wie nennt sich das, einen Aufruf auf Discord gemacht und auf Discord schon mal geschrieben, dass ein paar Leute mir Troll-Challenges schicken sollen. Und die schauen wir uns in den nächsten Folgen mal an. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare, ob das was für euch ist und ob das euch auch Spaß macht. An dieser Stelle, macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Wir sehen uns um die 주innerei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020